Wenn man sich traut, ein Thema zu argumentieren, dann bekommt man dafür auch Unterstützung. Die SPÖ traut sich das nicht. Im dieswöchigen Leitartikel habe ich zwei unterschiedliche Zugänge, wie man Oppositionspolitik macht, gegenübergestellt. Das eine ist, und das war eigentlich, als er vor einem Jahr begonnen hat, so gut wie aussichtslos. Damals gab es gerade den großen Wahlsieg von ÖVP und FPÖ. Damals war die Gemengelage ganz law and border. Die Grünen sind gerade aus dem Parlament geflogen. Und Rudi Anschober, der Regionalpolitiker, hat trotzdem versucht, für ein Thema, das aussichtslos erschien, nämlich die Kampagne Ausbildung statt Abschiebung, Stimmen zu sammeln. Dem gab damals eigentlich niemand eine Erfolgschance. Ein Jahr später zeigt sich, das Thema geht richtig gut, die Initiative hat richtig Zulauf. Und so kann man etwas erreichen, wenn man ein Thema mit Werf, Empathie und guten Argumenten verfolgt. So kann man Opposition machen. Wie es die SPÖ im Moment macht, so kann man nicht Opposition machen. Und das zeigt sich am Beispiel der Vermögensteuern. Die Idee, in Österreich gibt es eine Schieflage. Die Steuern auf Arbeiten sind sehr hoch, die auf Vermögen sind sehr niedrig. Die SPÖ verfolgt jetzt seit ungefähr zehn Jahren die Idee, Vermögen stärker zu besteuern. Die neue Parteivorsitzende hat jetzt Zweifel daran, druckst in Interviews zu diesem Thema sehr herum. Und die Frage ist, warum ist das so? Das weiß wohl nur sie selbst. Denn die Frage, ein klares Ja zu Vermögensteuern zu sagen, wäre einer der wenigen USPs, einer der wenigen Alleinstellungsmerkmale der SPÖ. Der Klub der Reichenversteher ist eigentlich mit der Regierung und den Neos ganz gut besetzt. Das Zweite ist, es sprechen alle inhaltlichen Argumente dafür. OECD, Weltwährungsfonds, alle die zählen gute Argumente auf, warum in Österreich die Schieflage groß ist. Warum traut sich die SPÖ nicht, das zu argumentieren? Sie selbst sagt, es ist zu schwierig, alle anderen sind für Steuersenkung. Warum sollen wir eigentlich für Steuererhöhung sein? Genau das bräuchte es, gute Argumentation. Und damit schließt sich der Kreis. Das hat Rudi Anschubow vorgemacht. Wenn man sich traut, ein Thema zu argumentieren, dann bekommt man dafür auch Unterstützung. Die SPÖ traut sich das nicht. Derzeit ist es leider viel zu leicht, Sebastian Kurz oder Heinz-Christian Strache zu sein, weil ihnen gerade argumentativ wenig entgegensetzt wird. Untertitelung des ZDF, 2020